Boah, ist das kalt. Auf diese Nachricht hab ich gewartet. Ja, that is it. We was waiting for this message and we wait, wait, wait. Watch us. We was waiting for this message and we was wait, wait, wait. Oh, die Hand ist immer so schön. Findest du immer viel pass bei A3? Oh, das find ich aber ein schönes Bild rein. Nee, passt nicht. Gerade noch nicht, aber wird schon. Boah, diese Hand am Anfang, oder? Man, ich bin wirklich nicht. Ach, du, Frau. So ist es hart, das wollte ich gerade. Okay. Unfortunately. Das ist ein bisschen laut wahrscheinlich, ne? Nee, ist okay. Schön. Drei, drei, drei ist gut. Drei, boah, nur keine. Eine, drei, eine, drei. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünfzehn. Pepsin. Fünfzehn ist gut. Ja, das ist gut, wenn jetzt alles wach war. Wenn er gut macht, direkt gut. Direkt, das Wort, Tee, die ersten drei Häuser. Aber, nee, müssen wir geben. Nein, müssen wir verbunden sind. Ja, hier oben noch eine und hier, 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 hier ist eine gut. Gute Hündchen. Boah, das könnte voller was werden, aber hier, 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 nein, hier, nein, hier, nein, hier, nein, hier, nein, hier, hier, wo die Maus ist, boah, dann hast du diese Linie, boah, dann hast du, boah, dann hast du, boah. Zwei Mühle sind das safe, aber, boah, Mann, gib doch mal ein paar Hütten noch, Alter. Die Hütte wär gut. Sieben Spiele nachher. Boah. Das ist guter Tafor, dann. Ah, das ist scheiß Bild. Hier brauchen wir die Hütte, hier. Mhm. Oder den schwarzen Kilb. Hier und dann den schwarzen Kilb, erst die Hütte hier. Die schwarze Kilb ist nicht da. Gib doch den schwarzen Kilb, Mann. Ah, diese Zähne, ja. Jetzt hat er mit dieser, äh, zwei Mühle, wie ich gesagt hab, ja, Mann. Oh, Schönheit. Aber, jetzt, jetzt zieh die Doge voll. Links rechts, links rechts. Oh, eine volle Doge, Mann. Den Kilb, den hat er nicht drin, ne? Bitte wohl. Den hat er nicht, aber ich habe nicht gezählt. Komm, ach, machen wir nicht. Ist aber noch ein Schwanz, sag mal. Der schwarze Kilb ist noch nah. Komm, ah, ist der schwarze Kilb noch hinten? Ah, scheiße. Egal, egal, aber wenn der unten wäre besser. Vier nur, das ist okay. Weg raus, weg raus. Ich hab's kennengelernt, zehn Drücker und tschüss, du Wuschilecker. Five Rings of Darkness, Buzzing Rats, Immortal. Ich werde den Lab nochmal probieren. Sechs Teile gibt's da, Bruder. Den dritten, den dritten, ich habe nur den ersten und zweiten Mal gesehen. Und das schon, Bruder. Und über zehn Jahre. Auch dieser Film ist geil, wirklich. Für dieser eine blinde Mann im Keller. Ah, dieser, äh, breathe. Breathe, don't breathe. Boah, da gibt's den zweiten Teil, den habe ich nicht gekocht. Den zweiten Teil habe ich nicht gekocht. Aber der erste war gut. Boah, der war krass. Wie der die am Ende noch kriegt, die ist schon komplett weg. Ja. Die ist weg, dann holt die wieder und dann nimmt er die als Testobjekt. Mit der vorher die andere da. Der Titel, der ist blind und sieht nix. Das ist schon heftig. Wie der da auch. Boah, der Film war krass, ja. Boah, der hat mich echt... ...karanoia gemacht. Da hast du echt manchmal nicht geatmet. Obwohl das nur ein Film ist. Du weißt, hast du... Ja, aber der muss jetzt immer hochkommen. Immer da, wo das hinzeigt, gehen die Walze. Da ist er nach links gegangen. Aber wenn du hier hast, hast du drei Blitze. Das ist ein großem Asketter. Der muss auch warten, dann hast du auch nicht mehr auf. Ja, aber gut, wenn du hier bist oder hier. Wie viele hast du, hat er immer zehn Spiele dann? Nee, nee, drei oder zwei. Aber das geht dann noch ein, noch ein. Ach, schade. Jetzt haben wir noch 30 Meter. Aber jetzt war gut, jetzt gehen zwei Lichter an. Siehst du? Und immer da, wo die Lichter angegeben, geht die Walze. Guck mal. Nach oben, nach oben, nach oben. Ich bin glücklich. Du willst eine Serie? Willst du eine Serie machen? Boah. Ist gut? Ist gut, das war unsere Euro. Aber der muss, der ist komplett, alles muss weit sein. Und was will ich denn hier haben, ne? Weil Gewaltigung nach Hongkong. Kannst du jetzt schon sagen. Was? Eine Serie machen. Zürich Das ist sehr hart Aber wer da um 6 Minuten sitzt Aber was geil war, hat doch was dieser Seewagast Dieser Seewagast Das sagt ihm aus Oh, da können wir X5 jetzt Chatten aus Chatten aus Komm X5 Sterne Verlängerung Ja Noch mehr X2 Jetzt einmal sind die Verlängerung 3 Sterne Ja So, X5 Oh, die Sterne gegeben Ja, gut Ja Der Riesch hat wieder geschnuppert Nee, nee, nee Nee, nee, nee Das ist besser Das ist aber schwer Dann sagten wir an Wir wollten so einen Flagrant hier eigentlich erwischen Ja, dann sagten wir mal Aber nach dieser mein Lieber wischen Weiß Ja Aber der hat einen guten Döner Das ist doch spannend für den Jalapeños Und diese von Kino Diese Kino-Pop-Nacho Auf Döner drauf mit Jalapeños Kann was Schade Mach mal hier Mach mal hier Indem Mache mal drei Spiele, ist machbar Du kommst, noch zwei Spiele, komm, noch einen, top, ja, jetzt muss er weitergehen, du musst auf die 18 und dann die 110, dann hast du wieder einsteinander, boah, guck mal jetzt, ah, hat er da gespielt da ist, Alter, nein, 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 die Köpfe müssen blau sein, oh, ja, dann ist alles da rein, guck mal, guck mal jetzt, ah, was er da gibt, Alter, dann gibt er die Zweifel, das fackst du ab, aber ab, 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 dieser Step gerade fängt an zu bezahlen, nein, nein, da kann ich auch schon vorher, wenn du hier X10 hast, du machst einfach blaue Köpfe dann, ich hab mir dran, aber hier, wenn du alle achst, dann bist du weggekommen, Ja, das war 20.000 97 Versuche Auf einzeln 97 Versuche Jungs, Björn und Binkbambo hab ich im Urin, dann sollst du schnell auf Toilette gehen, jalla Jungs Bis morgen, Freunde, passen auf euch auf Halt die Hände über die Bettdecke Jo, Mike, pass auf euch auf, halt die Finger über die Bettdecke, genau, tchausen